Hallo Herr Böstler! Ha ha! Wie läuft es beim Zukunftstag in der Post, Jan? Es ist cool! Zuerst zeige ich euch den spannendsten Teil unserer Post. Willkommen im Grossraum Tresur. Da steht der Geldtransporter ja schon. Oh, dann hätten wir nicht rein dürfen. Hilfe! Hände hoch! Habt ihr auch einen Pettel! Lass, alle verbunden! Mach es etwas, sonst schiesse ich! Nein, wir machen es ja schon! Oh nein! Ein Überfall! Wo ist der Alarmknopf? Jetzt ist die Polizei alarmiert. Der Knopf heisst nur verriegeln. Sie fahren ab! Jetzt ist dann gerade alles vorbei. Ich drücke den Knopf und das Tor verriegelt. So kommen Sie mit dem Geld nicht davon. Nein! Wer war das? Das war ganz dumm von euch! Jan, du wärst es gescheiter rausgelassen. Jetzt sind sie mit den Pistolen immer noch da bei uns. Was machen wir jetzt? Nicht so ein Mist! Wir gehen zu Plan B rüber! Das ist jetzt auch unsere Geisle! Auch das ist eine Schaffer! Das ist... Vielen Dank.